Musik Wir haben Stuttgart und dem ganzen Land Baden-Württemberg sehr viel zu verdanken. Das ist unsere Heimat und da wollen wir jetzt Danke sagen. Hier in Stuttgart, sagen wir mal so, ein Event-Veranstaltungshaus hier eben auch mal hinzustellen, verschiedene Dinge hier zu machen, toll. Ja, es ist super. Ich meine, die Leute mögen sowas, sie mögen diese Form der Unterhaltung und wenn man dabei noch ein Jubiläum feiert, dann ist es besonders schön. Ich finde es wirklich fantastisch, dass Mercedes das an Stuttgart zurückgeben möchte und wirklich auch keinen Aufwand und keine Mühe scheut. Also ich bin tief beeindruckt. Ich war ganz begeistert und ich fand es auch ganz akto, dass die Herrschaften sich für uns Zeit genommen haben, für uns Jugendliche. Ich denke, es sind auch nur Menschen und man kann sie ganz normalen interviewen. Das war ein gelungenes Event. Und hi there, I'm Brian from Placebo. Since we're feeling so heistetized In our custom Reminds me of the second time In our custom Raketenautos gebastelt Die fahren mit dem Luftballon Auf die Bette, los! Toll die Stimmung heute Morgen, tolle spontane Fragen zum Punkt. Sie wollen wissen, wie geht es weiter? Was macht die Zukunft des Automobils begeistert? Ja, sensational, wie viele Leute hier sich für das Thema interessieren. Das war natürlich auch eine schöne Atmosphäre. Es hat Spaß gemacht, weil man dadurch natürlich auch so ein bisschen das Gefühl bekommt, das was wir machen, bedeutet den Menschen etwas. Und auf der anderen Seite, Mercedes kann gleichzeitig auch unseren Fans etwas zurückgeben, indem sie uns den Menschen nahe bringen. Das ist natürlich ein toller Event hier. Hauptsächlich einfach von Mercedes aus, um den Einwohnern von Stuttgart etwas zurückzugeben. Ja, ein bisschen Erlebnis und so. Es ist alles sehr, sehr gelungen. Ja, also herzlichen Glückwunsch Mercedes-Benz, herzlichen Glückwunsch Daimler. 125 Jahre ist sie allerhand. Wir stehen jetzt hier davor und ich kann nur sagen, macht weiter so. Herzlichen Glückwunsch und Gratulation für so einen langen Weg, eigentlich von der Erfindung bis in die Zukunft. Alles Gute und Gratulation an Mercedes-Benz. 125 Jahre Automobil. You're looking well for being 125. Alles Gute zum Geburtstag für Mercedes-Benz. Macht weiter so. Tante Guri Mercedes-Benz, Tante Guri Ate. Der Sternrock. You gotta dream big, as far as you can run. Wider than Nebraska sky, brighter than the sun. You gotta live, oh, 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 oh. Son, you gotta dream big.